Jetzt finden wir heraus, worum es eigentlich geht um Beauty oder Blendermed. Unser Gewinnspielmeister ist heute der Unglaubliche! Leonardo, Applaus! Leo, entscheide. Beauty? Erstmal mischen, 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 mischen. Warte, junge Frau. Und jetzt. Pfötchen? Leo, Pfötchen. Gut. Es geht um Beauty. Beauty! Klar, man, Leonardo ist immer für Beauty. Dafür sind also noch neun Personen im Topf. Die Blendermed-Kandidaten fallen leider raus. Süßer Kleiner. Also, noch im Topf sind Annette Tüllü, Nicole Jeanette Hartmann, Scirocco, Saskia Bartsch, Katja Herold, Andrea Gottschling, Sabrina Keeten, und Angelique Hübscher und Tommy Carter. Leonardo, unser Glücksspiel-Carter. Erstmal alles mischen. Leo, wir mischen erstmal. Mischen, 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 mischen. Ich dachte, du darfst da extra so hingelegt, weil die Laufese nimmt immer die dritte und die zweite Reihe. Okay, Leo. Leo, und such dir eins aus. Bring her, Leo. Ne? Er hat eins, er hat eins. Die Nummer... Nein. Er hat hier. Die hat er da weggeschossen. Nein, er hat gerade eins aufgehoben. Ich hab das gesehen. Nummer vier. Er hat gerade die im Maul gehabt. Dann müssen wir zwischen den beiden nochmal ein Stechen machen. Zwischen der Nummer vier und der... Zwischen der sieben. Und der sieben, das waren. Die Nummer vier ist eins, zwei, drei, vier Saskia Bartsch und die sieben ist Sabrina Keeten. Ihr beiden seid noch drin. Die anderen sind leider ausgeschieden. Was er zuerst schiebt oder hochnimmt, ist genommen. Ne, was er hochhebt. Okay, was er hochnimmt. Hast du vorher aber nicht gesagt, dass er hochheben soll. Deswegen hat er gesagt, nimm. Leo, bring her. Nimm's. Leo, nimm's. Bring her, komm. Leo. Und bring's her. Komm, nimm. Tja, noch hat er es nicht hochgehoben. Leo. Und nimm's hoch. Komm, nimm. Bring her. Nein. Bring her. Ja. Jawohl. Okay, die Nummer vier. Damit hat gewonnen die Beauty-Paste von Gimbon und noch eine kleine Extra-Paste von Gimbon. Saskia Bartsch. Und Leonardo macht sie schon mal hübsch. Saskia Bartsch hat gewonnen. Leo. Leonardo sagt noch wie eine Größte. Leo, hast du es gut gemacht. Super. Na dann macht sie gut bis dann sich. Gut gemacht.